Sie möchten den menschlichen Körper überlebensgroß in 3D erkunden? Frei, zoombar und drehbar? Das ermöglicht die neue Version des Programms Virtual Anatomy jetzt noch eindrucksvoller. Die Erfahrung ist einmalig. Virtual Anatomy kombiniert CT- und MRT-Daten und macht sie im Deep Space 8K als überlebensgroße 3D-Modelle in Farbe, begehbar und erlebbar. So werden winzige Ablagerungen im Gehirn genauso sichtbar wie Verletzungen an der Wirbelsäule. Ein Blick in die Schilddrüse ist genauso möglich, wie den Weg des Blutes vom Herzen in die Fingerkuppen zu verfolgen. Der menschliche Körper kann stufenlos von der äussersten Hautschicht bis zum kleinsten Gefäß erkundet werden. Dabei stehen die Daten des gesamten Körpers frei, zoom- und drehbar zur Verfügung und können je nach Interesse dargestellt werden. Virtual Anatomy ist ein mehrjähriges Forschungsprojekt des Ars Electronica Future Lab mit Siemens Healthineers und der Johannes Kepler Universität Linz. Die neueste Version war bisher Medizinstudierenden im neuen Medspace der JKU Linz vorbehalten. Nun steht das Update im Deep Space 8K erstmals einem breiten Publikum zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017